Die Burg Rammstein ist fast 800 Jahre alt. Es ist eine der kleinsten Burgen, die im Land Brandenburg zu finden sind, aber dafür die besterhaltenste. Es ist eine der wenigen, wirklich schönen Burgen, die in der ganzen Region, außer Belzig, noch vorhanden sind. Gerade in Berlin-Brandenburg, da gibt es ja nicht so sehr viele Burgen. Und ich finde die Burg eigentlich unerschön, weil nicht Größe macht es aus, sondern eigentlich der Charme. Wir sind eine reine Herberge. Wir haben keine Doppelzimmer, was oft angefragt wird. Wir haben nur ein einziges Zimmer mit Bad. Die anderen Zimmer haben alle Bad auf dem Flur. Und wir haben 80 Betten, die vorwiegend genutzt werden für Klassenreisen und am Wochenende für Hochzeitsgesellschaften. Also wir sind schon gut. Für 2019 haben wir schon viele Hochzeiten angenommen und sind für die Sommerzeit 2019 fast ausgebucht. Also wir haben viel Wild, alles hier im Fleming geschossen. Wir haben Rinderrouladen, wir haben Königsberger Klopse, Schnitzel, unsere Schnitzel sind sehr beliebt. Unsere Köchin macht eine hervorragende Sojanka, also richtig deutsche Küche. Du bist gerade noch jung, kurz davor, dir die Haare zu färben, schon zu alt und jung zu sterben. So wie dir wird es mir auch eines Tages gehen. Das kann man ignorieren oder wenn. Das kann man nicht.